wir kommen schnell hier aus dem dschungel wieder raus der ist ganz schön ruckelig für mich ich kriege ständig übersprungene ja macht doch was kaputt ist mir egal übersprungene frames kriege ich hier das ist nicht so schicke micky ein pappagei kann man die fangen ich frage jetzt nur wie kriege ich die bienen denn mit muss ich einfach nur einen bienenstock mitnehmen und dann kommen die ich hoffe mal dass das so ähnlich ablaufen wird denn ich habe kein fangnetz dabei für die guten vier jahres mit die vier jahres aus mit den vier jahres ich muss hier raus lassen sie mich bitte in ruhe ich will damit nichts zu tun haben ich möchte einfach nur aus diesem dschungel raus in das gute dorf dort hinten warum schwimme ich wenn ich ein boot habe man weiß es nicht so ich muss unbedingt aus diesem dschungel raus ist mir zu ruckelig hier zu anstrengend springend schwingend für minecraft hier hallo okay das wären mir gerade zu viele ist nur ein einfaches dorf ne tritra trulala der chrisco ist auch wieder da kommt hier nicht hoch weil er ein idiot ist auch schon rennt gegen kaktus ach gott sei dank kein monster in der nähe wieder einsteigspunkt gesetzt das ist nicht so gut das ist nicht so gut so moin dorf oder ich bin hier oben euch waren zu klauen wollte ich sagen aber die haben ja fast gar nichts und bett drin was ist das hier für ein turm der ist mir neu schönes tümpchen ach ja nur brot brot brauche ich nicht also wenn beim besten willen brot nee nee brot brauchen wir nicht ja gut hier ist die hülle geht die noch tiefer ich könnte nämlich so redstone gebrauchen den roten stein ihr seid auch wieder experten experten sind das so ist auch noch ein gebäude ich weiß nicht soll ich da jetzt über reingucken ich glaube eher nicht sehen ja eher arm aus hier den will ich auch nicht wirklich was wegnehmen die sind ja nicht so reich gesegnet wie unsere dorfbewohner denen mangelt es ja nichts so hätte ich noch schön gewesen wenn man hier noch redstone irgendwie gefunden hätte kann man das so finden ich glaube wohl ne brauche ich nämlich gar nicht in die tiefe wir gehen in den tempel da ist bestimmt irgendwas wenn ihr schon einen tempel da Für euch habe ich ja Redstone nicht mitgenommen. Ich gehe noch mal runter. Außerdem können wir mal das TNT mitnehmen. Redstone. Auch jetzt. Redstone. Kein Redstone, aber ich nehme das TNT mal gerne mit hier. Das kann man ja bestimmt noch als Falle benutzen und sich damit seinen eigenen Vorgarten kaputt machen. So, wir machen auch mal ein bisschen zu. Bauen eine Fackel dahin, weil das ja sehr sinnvoll ist. Okay, hier waren wir auch schon. Das heißt, hier wird es sowieso keine... Keine, 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 keine... Bienen geben. Ups. Das war das falsche Fleisch. Gut, dann gehe ich die Wüste noch mal ab. Wir haben ja Wasser dabei. Nee, Wasser brauchen wir gar nicht. Wasser. Hm. Die Frage ist, wo waren wir denn schon überall? Ich weiß es doch gar nicht. Ich kann mich meist an die Orte nicht mehr erinnern, aber ich glaube, wir waren schon ziemlich viel unterwegs. In der näheren Umgebung. Ich habe auch natürlich keinen Kompass dabei, ne? Ach, guck mal. Ein schönes Dörfchen. 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 Ein schönes, schönes Dörfchen. Wo wir bestimmt auch schon drin waren. Hallo. Hallo, ich habe verrottetes Fleisch. Die haben sogar Banner. Die haben aber was ganz Besonderes hier. Hä? Liegt da einfach mal eine Enderpelle rum. Hallo. Hast du zusätzlich Redstone? Redstone. Yeah. Du siehst auch nicht aus wie Redstone. Was? Du siehst auch nicht aus wie Redstone. Aber wo kriege ich denn jetzt 32? Ich habe die alle gegessen, ich Idiot. Okay, vielleicht haben die anderen ja noch irgendetwas... Die wollte mich doch verarschen. Was tut? Ihr wollt mich doch verüben, wollt ihr mich doch. Oh, was baut ihr denn hier alles an? Hallo, ist hier irgendjemand, der vernünftig handeln kann? Ich glaube, ich brauche nur vier. 32, ich brauche das Fleisch, das ist mir zu teuer eigentlich. Wer ist denn mit Gras? Gras ist hier viel. Oder Baum oder so. Keine Ahnung. Das ist der gleiche, ne? Gut, gucken wir uns nochmal ein bisschen um. Da fällt mir gerade ein, wenn man jetzt den Dorfbewohnern theoretisch gesehen eine Truhe ins Räumchen macht, ins Haus. Okay, hat sich erledigt. Wir haben einen Kompass, weil wir geil sind. Geil, geil, oh. Gut, dieses Dorf möchte ich mir merken. Die sind ganz nett gewesen. Da schwimme ich gleich rüber. Und deshalb habe ich mir jetzt erstmal eine Karte gebaut. Das hängen wir auf. Ich schwimme jetzt aber erstmal darüber. Ich glaube, da waren wir auch schon. Weil das mit dem Kompass, der zeigt in die andere Richtung. Das ist gut. Ich glaube, hier waren wir schon. Bei dem Outpost oder wie die heißen. Ich bin mir nicht sicher. Aber da waren wir schon auf der warmen Wasser. Da waren wir eindeutig schon. Aber trotzdem gehe ich nochmal reingucken. Vor allem was zum Zubauen. Hier, Sand. Damit kann man schön zubauen. Dann überraschen wir die einfach mal. Was hat dein Maul jetzt? So. Ist hier jemand auf den billigen Plätzen? Ist hier jemand auf den billigen Plätzen? Ist hier jemand auf den billigen Plätzen? Hatten die nicht eine Truhe oder habe ich die abgebaut? Wahrscheinlich wohl abgebaut zu haben. Warum habt ihr eigentlich keine Fackel? Sidesinn oder so doof oder was? So. Also hier waren wir auf jeden Fall schon drin. Ganz gefährlich hier am Fenster zu stehen. Machen wir lieber zu. Sicherheit geht vor. So. Damit hier auch alles gesehen wird. So ihr Huhnsöhn. Äh. Ihr Kakerlaken. Kommt ran. Boom. 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 Kommt machen wir mal auf. Ich habe jetzt leider kein Schild mit. Aber irgendwie machen die sowieso keinen Schaden. Wenig Schaden. Kommt jetzt. Drop mal den geilen Shit hier. Wisst ihr was? Ich hätte da nie Idee. Ich weiß, die fallen runter. Aber. Lala. 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 Schupi dupi. Du 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 du. So. Feuerzeug. Hm. Feuerzeug. Wie baue ich mir jetzt ein Feuerzeug ohne. Ich muss mal eins holen. Hm. Feuerzeug. Feuerzeug. Hast du ein Feuerzeug? Da haben wir doch Feuerzeug. Würdiges. Etwas. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Sei kein Frosch. Ja. Tschüss. So. Ganz schnell. So. Ganz schnell. so alles kaputt ich war alles kaputt und ich hätte oben anfangen soll ich trottel so dann fangen wir oben an oder nicht so Schade, ich dachte, der wäre mehr kaputt, aber na gut. Böses Omen, ja komm, schenkst dir. Lässt du mich wohl alleine hier? So. Das hat Spaß gemacht, aber wir müssen... Vorher soll ich werfen, ich werfe mal ein paar Sachen weg hier. Sand brauche ich jetzt gerade auch nicht. Das Banner nehme ich mal mit. Einfach so, weil wir es können. Aber ich hätte gern stärkeres Schwert, wenn ich ganz ehrlich bin. Ganz einen kleinen Creeper hier, du. Dann hinter mir, ne. Hier, Dreck. So, dann geht die Reise weiter. Ich weiß noch nicht, wohin uns die Reise führen wird. Aber auf jeden Fall... In diese Richtung. Immer schön von zu Hause weg, theoretisch. Weil wir sind immer noch auf der Suche. Also mach ich jetzt wieder Nachtmusik an, ich glaube nicht, oder? Muss auch nicht immer sein. So, ich verschwinde hier mal ganz schnell. So, nochmal schnell woanders hin. Mal zwei Fleisch abgesnackt hier. Da hinten sehe ich Licht. Wir gehen immer in die Nähe von Lichtern. Da ist wahrscheinlich wieder ein Dorf. Ich meine, da waren wir aber auch schon. Ich gehe auch immer in dieselben Richtungen, ne. Komisch ist das ja. So. Jetzt sind wir mal ganz schnell vorbei hier an den ganzen Trotteln. Was ist das denn? Kuhstall? Uh, das macht Enderman. Patzt hier eine. Dreckiger. Ja, mach hier doch alles kaputt. Wir müssen ins Bett. Hilft nichts. Ab in die Heier. Überfall. Freunde, soll ich mal ganz ehrlich sein? Das ist mir scheißegal. Ich habe da keine Zeit für. Ich muss doch hier... Ich bin überfall, habe ich jetzt echt keine Zeit. Also, von mir aus macht, was ihr nicht lassen könnt. Ich wollte eigentlich nur schlafen. Also, ich hätte mir am besten eigentlich ein Bett mitnehmen mal können, aber nein. Ich bin mal gespannt, ob wir überhaupt hier mal Bienen finden oder ob ich gar nicht die neueste Version habe und wir gar keine Bienen haben. Nein, das ist natürlich nicht. Das haben wir natürlich schon. Das haben wir natürlich schon. Du, 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 du. Schmappel, 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 schmappeldi-dau. So. Irgendein Wüsten-Dorf oder... Wüsten-Dorf nicht. Wüsten-Tempel. Ich renne schon wieder. Wo sind wir denn hier? Gucken wir uns doch einfach mal auf der Karte an. Das ist die falsche. Gut, auf der Karte gibt es nichts zu sehen. Da gibt es mehr zu sehen. Mehr. Ui. 42 Kartoffeln. Das noch reicht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.